Guten Tag, wie schön das beginnt von dir. Wie uns ist es dunkel, bisschen windig und ich glaube, es wird noch ein bisschen einen Sturm von dir geben. Weil wir möchten spüren, dass ich mich kein Gras aufheben kann, weil es alle aufhangen werden. Aber von jetzt habe ich gesagt, würde ich hier ein bisschen drüben sitzen und trinken meinen Kaffee und gedäppeln ein bisschen. Aber ich höre, dass von dir als Mord weg ist und wird am Freitag, dann sollen da wasser Städten aufgehen und dass die Menschen, die sich kennen, waren dort am besten zu Freien, am besten waren dort unter den Umfang. Und dann höre ich auch, dass die Kürtchen kennen, dass das Werk in Ongoen und dort, wo ich sagen, dort ist es all, ganz Tiet. Ich weiß nicht, wie das Wort lohnt. Ich wollte das haben gesagt, das kennen wir wasser Menschen ab einmal, dann gleich wollen sie dort absorten, vielleicht klacktieren und dann war er klackt auf und dann vielleicht gibt es auch noch mehr. Ich wollte nicht, diese Kürtchen wird sich dort ein bisschen anders sein. Aber wir sind noch nicht so taub sein, glaube ich. Einige Menschen machen vielleicht noch mal recht. Dort verlangen dort Menschen eine Lohrenbrücke. Ich wollte nicht, wie das wird sein. Aber mir ist das so schön. Und dann haben sich noch viele Menschen gebannt und einer konnte da nicht so taub sein, einer konnte nicht so gut sein. Und das gleiche ich noch. Aber vielleicht können wir uns ein bisschen, wo ein Stoffen anschlägen und das klingt ein bisschen bedritten und dann noch ein bisschen Geld sein. Das, glaube ich, gut wir dann klinkt ein bisschen nach Kandau. Und dann geräbelte ich auch. Wir sind im März, Juni und in Juli den Ersten, dann haben sie hier in Kanada einmal ein und dann, äh, 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 Kanada Day, wo sie dann da und die, äh, 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 vierstärken anbrennen. Und, äh, äh, fliehen sie eine Laufnahme an. Und dort geeft hier dann einmal ein Graut, die die Rommel, und ein Säureschmacket geblitzt. Menschen sind da Säureschmacket geblitzt. Menschen sind da Säureschmacket geblitzt. Und dort, wo wir hier dann auch immer, äh, äh, hängen ans Hüß. Wir dürfen ans Hüß nicht mal verlassen. Wir können dort hier so von ans Hüß sein, denk. So dass, äh, hängen ans Hüß. Wo sie dort teuen. Daher sind noch ein Klipas gewiesen. Wo das ist. Dit ist dann, hängen ans Hüß hier. Und dann, äh, äh, in der du an, äh, in der du an. Und da und dann, da, g'n, g'n, greutig die B-dor. Und, äh, 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 in der du an. Und dann, äh, 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 in der du anstelln. und dann ist das hier ganz voll Menschen. Wenn einer ein Klinkbäscher wieder aufkicken wird, das lässt sich aus, wenn da soviel Drockenäumchen sein. Und so hören die sich hier dann alle ab, hängen ans Haus, das ist Krag, hängen ans Haus hier, und wir können dort hier soviel, soviel sein. Und da wir uns immer dann viele Menschen kreuen, für uns selbst dann, da wir ein bisschen üträuten, haben hier viele Menschen auf dem Hof, da wir allgemein den ganzen Dach davon merken, wenn die Kinder kommen ins Haus, und dann noch mit Freunden und so, geht immer sehr schön. Wenn der Dach fern schön ist, dort passt ein sehr fern. Und dann dort so, hier Krag hängen ans, dann dort die meisten deutsche Menschen sich ein bisschen abholen, dort gleiche, dann kommt ein bisschen mit dir auch noch ein bisschen nubeln, geht mir schön. Und dann sind da immer soviel Kinder, und mir leitet immer so aus, wenn die kleinen Kinder sich dann immer ein bisschen soviel Bläut tun, und dann gleiche ich da ein bisschen unterreden, da freut mich immer, wann ich die Kinder so schaftig machen kann. Man muss da verteilen, wenn sie kommen immer denken, wie Kinder alle klein werden, und auch wie ein grüner Schnurren ist. Unsere Eltern sehen immer, wir sollen nicht die übrigen Menschen ohne reden, wir sollen uns ganz an uns selbst kümmern. Und wenn ihr da nicht verteilen könnt, dann deut ihr dann bloß euer Glorn. Und einer hat uns immer so lange geglatscht, dass euren Besten deuten, den Besten ohne reden, vielleicht noch ein bisschen Schmuster geben, oder eh es wird dort. Freut mich dann immer, einst die Menschen deuten, und der andere nicht. Aber wenn sie deuten, dann fällt ihnen sich ein bisschen so aus, wenn einer vielleicht noch ein bisschen wird. Und das ist, glaube ich, als Fan, wenn die älter Menschen sich unklimt ein bisschen aufgeben an die kleinen Kinder. Und so, dann lernen sie dann auch. Aber was ich dann hier da hing, bei uns tun hier, ich satt hier dann mit den äh, groten, äh, Eisto's, und dann fällt ich mir die ab mit Paletten. Und dann, äh, durch die Kinder hier immer noch mehr rauchen, und dann, äh, lasst sie, äh, durch die sich hier kommen, Paletten holen. Dort geht der Marschig so schön, für heute, wenn es heute ist. Und die haben da auch Gäumelsfläche, äh, wel, der älter zäten da dann für einen Knacken soot, und haben sich auch einen Kaffee geholt, und so einiges Wort. Und die Kinder, die zäten da dann für sich allein. Und dann fragt man sich immer, wann ich das Kind schaffte ich mich an und die Pläte ausdehlen. Das war nicht so, was wir hier an gewohnt haben. Und das habe ich getan. Und nun wollten sie alle, wo sie mich anfangen. Die kommen dann alle säuerschaftlich an und sie siegen mich. Und das habe ich gesagt. Das geht mir schön. Vielleicht ist es noch ein Dollar, da ist es die Kinder dort. Aber das habe ich nicht gedacht, wenn sie dort abstehen wollen. Aber ich wollte nicht, was das Jahr war. Ich habe noch nichts gehört. Ich hoffe dort geht und wenn es geht, dann möchte ich noch ein bisschen Video von merken. Ein bisschen Guntwiesen, was hier angeht. Ich hoffe nicht, dass das Wart war. Denn es ist ein feiner Tag. Die Menschen kommen hier an Tauben und anstatt so ein Schein spazieren. So ist es. Und das wird. Aber nun, wo ich könnte gerne gehen lassen. Und dann hoffe ich, dass ich Ihnen einen schönen Tag. Und sie wollen answarte. Adai!